Hallo ihr lieben Mäuschen da draußen, juhu! Herzlich Willkommen zurück zu The Cave. Die letzte Folge wahrscheinlich schon mittlerweile und ja, wir sind hier stehen geblieben mit den drei Helden. Der Ritter, die Zwillinge und natürlich die Abenteuerin. So, wo bleibt das? Wo? Ja, hier, die Abenteuerin. So, wir sind jetzt hier nur für Angestellte unterwegs, das heißt quasi, wir sind im Bereich nur für Angestellte und müssen hier erstmal irgendwas finden, da wir uns anscheinend dem Ende nähern. Ah ja, unsere Helden laufen uns schon nach. Ja, da kann ich im Moment nichts machen. So, da ist auch nichts zu machen. Interessant. So, zum Glück brauche ich hier meinen Haken nicht. Trotzdem würde es mich interessieren, was ich hier wieder mache. Wir müssen irgendwas finden wahrscheinlich. Irgendwelche, okay, das ist alles kaputt. Irgendwie. Scheint alles kaputt zu sein. Naja. Mieten wir mal weiter, vielleicht finden wir noch irgendwas. Irgendwas müssen wir hier noch finden, hat so das Gefühl. Okay. So, ist da unten irgendwas? Oh, Moment. Da oben tanzt jemand. Ach, der Gute mit seinen Goldnuggets. Danke. So, haben wir das mal. Jetzt nehmen wir uns mal den Ritter vor. Gehen wir mit denen ein Stückchen weiter. So. Ah ja. Die Monster-Trophäe von der Jägerin. Den nehmen wir auch noch mit. So. Damit hat der Ritter auch schon ein Souvenir. Jetzt brauchen wir nur noch die Kinder. Die brauchen jetzt auch noch ein nettes Souvenir für Urlaub. Ähm. Wo ist denn da noch was? Da muss doch noch irgendwo was sein. Habe ich so das Gefühl. Ähm. Ja. Hier anscheinend. Der gute Hund. Spanky. Ja, ja. Ich klau dir deinen Hund. Guter Mann. Alter Dockel. Perfekt. Somit haben wir alle drei ein Souvenir. Und die Abenteuerin darf vorangehen. Sie geht voran und holt erstmal den Aufzug. Denn wir müssen wahrscheinlich mit dem Aufzug, äh, quasi hochfahren. Kommen sie näher. Kommen sie rein. Oder wie heißt das? Kommen sie rein. Schauen sie raus. Oh, woraus schauen? Das ist die Frage. Gibt's ja keine Fenster. Ah. So. Der Hund wird mitgeschleppt. Oder entführt. So. Piep. So. Und rauf da. Rauf in die schöne weite Welt. So. Perfekt. Wir haben alle ein Souvenir. Und. Gehen hier zurück zum schönen Souvenir. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Und hepp. So. Perfekt. Und somit ist die Abenteuerin die erste, die draußen ist. Beziehungsweise die erste, die das erste Souvenir hat. Weißt du was? Weißt du was? Ja. Ich nehm's zurück. Ich nehm's zurück. Und lass es hier. So. Die Ritterin ist die erste. Also die. Die Ritterin. Die Abenteuerin meine ich. Ist die erste, die hier. Die Leiterin auf. Klettern darf. Und es scheint, es wäre dies das Ende. Die Leiter ist immens lang. Ja. Sinneswandel. Geteilter Triumph. Okay. Perfekt. Somit haben wir das erledigt. Der Ritter ist der nächste. Was ein fantastisches Verwaltungsverwalt. Trinket. Oh, das wird einfach gut sein. After all, Possession ist 9 tenths der Verwaltungsverwalt. Das andere 1 tenths. Pfff. Enjoy. Returning was du möchtest, ist starkly discourage. Are du sicher, dass das was du willst? Du hast das gewonnen. Du hast das, dass du das für die, die umgekehrt hast. Du musst das wirklich überdenken. Du musst das wirklich überdenken. Bitte. Ich weiß nicht, wer sonst würde das, äh, 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 Genug gequatscht mit dem Verkäufer. Rauf geht's, die Leiter. So, auch der Ritter hat sein Souvenir zurückgegeben. Das sollte auch so sein, weil dann geht die Geschichte gut aus. Beichten einer Lüge der Lohn der Ehrlichkeit. Ja, der Ritter hat seine, äh, hat die Wahrheit gesprochen. Und damit wird er belohnt. Und die Kids. Ja, das selbe hat er bei der Abenteuerin gesagt. Nun geht's auch für die Kids. Ab nach draußen. Und. Los geht's. Was wird uns jetzt erwarten für ein Happy End? Für die Twins. Die Twins. Die Twins. Halt, nicht die Suppe essen. Sie ist vergiftet. Es tut uns ja so leid, dass wir die Suppe vergiftet haben. Ja, somit auch ein Happy End für die Twins. Und die können weiterklettern, da sie die Letzten sind. Dürfen sie weiterklettern, bis ganz nach oben. Und am Ende erwarten uns alle drei wieder. Voller Freude. Mit einem Happy End. Im Gepäck. Es wird dünkler. Ist es draußen Nacht? Oder ist es Tag? Ich befürchte mal, es ist Nacht. Und es ist die Nacht. Und es ist die Nacht. Well, this brings our exciting journey to an end this evening. I hope you had as much fun as I did. The important thing to remember is, there are no refunds in the cave. No price can be put on the lessons learnt down here. We carry them throughout our lives and hopefully find ourselves on a new and better path. I say we, of course. But I mean you. After all, I'm just a talking cave. Ja. Das war The Cave. Created by Ron Gilbert. Ja. Er hat's gemacht, er hat's erfunden, er hat's erstellt, er hat's produziert. Naja, wie dem auch sei, es hat mich sehr gefreut, mit euch The Cave zu spielen. War eine interessante Reise. Ich meine, ich habe es ja schon gekannt, ihr nicht vielleicht. Der ein oder anderen haben uns vielleicht noch nicht gespielt und sie ist froh, dass sie es von mir gesehen haben. Und, ja, mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei sein würdet, beim nächsten Projekt, was vermutlich, äh, 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 The Walking Dead, aber ich vermute erst mal The Walking Dead, da dieses Mittelwelt draußen ist, und, ja, in dem Sinne, freue ich mich aufs nächste Projekt und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Projekt auch wieder mit dabei seid. Und, ja, ich muss sagen, die Story war recht einfach, war eine recht nette Reise durch die Höhle, durch die ganzen Rätsel und, ja, die Rätsel sind eigentlich gar nicht mal so schwer. Wenn man es mal gespielt hat und es ein zweites Mal spielt, dann muss man sagen, sind die Rätsel natürlich um einiges leichter, da man eben schon weiß, was man tun muss. Wobei, bei mir ist es halt noch, ähm, ein bisschen, also ein Weilchen her, dass ich den Cave gespielt habe, privat. Und daher konnte ich mich an manche Rätsel überhaupt nicht mehr daran erinnern. Aber ich hoffe, dass euch das nicht so ausgemacht hat und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Und, ja, von da an, bleibt mir nur mehr zu sagen, mach's gut, bis zum nächsten Projekt und, tschau tschau, euer Dominik, beziehungsweise, alias, euer, Cal Crax. Vielen Dank fürs Zusehen und, tschüssi, Kowski. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020